Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Together auf dem Damakash-Server mit Asreiter. Hallo, recht herzlich willkommen. Ja, wir bauen hier die Kathedrale. Genau. Und wir brauchen Holz. Wir brauchen Holz. Und wir brauchen Steine. Oh, die Sonne geht schon wieder auf. Wow, da ist der Server weitergelaufen. Ja, gut. Gut. Äh, Entschuldigung, dass ich husten muss. Passiert schon mal. Jetzt müssen wir Steine abbauen. Ich habe nur 21 Stück, die kann ich ja noch gerade verbauen. Ich weiß noch nicht wo. Bauen wir da mal so einen hin, dann können wir da hochkrabbeln. Ich weiß auch gar nicht, wo ich zuletzt gebaut habe. Hm. Vielleicht sollte ich mal gucken, dass ich da vorne an die Spitze komme. Das wäre vielleicht sinnig, oder? Und ich esse mal ein Brot. Der Michael Friedrich wird es mir danken. So. Da ist schon ein Zaun. Da kann ich nicht mehr runterfallen. Gut, dann wollen wir mal gucken, dass wir hier hochkommen und an dem Pfeiler erstmal weiterbauen. Oh, das sieht aber schwierig aus. Komme ich denn da so hochgesprungen? Naja. Einer zu viel, aber egal. So, jetzt müssen wir hier mal gucken, dass wir das hinkriegen, ne? Ganz spannend, was ich hier mache. Das wird schwierig hier mit unserem... Jetzt habe ich keine Erde mehr, du glaubst es noch nicht. Sonst hat man immer 598 Stacks Erde im Koffer und jetzt keine. Gut, komme ich hier runter, ohne mich zu verletzen? Ja, hier können wir schon mal noch ausbauen. So, das ist die richtige Ebene, ne? Gut. Also, Stöcker habe ich... Das will ich keine. So, weiter geht's. So, so, so. Oh, das wäre dann bei Erdarbeiten, sehe ich schon so. Äh, wieso 2? Okay, da hat einer was daneben gebaut. Ne, passt wahrscheinlich sogar. So, jetzt habe ich bestimmt erstmal genug Erde. Gut, da können wir mal... Das passt schon mit der Empore. Ja, ich glaube schon, eigentlich schon. Da einen hin, da kann man auch schön hoch. Husten, husten. So, da muss noch einer hin. Gott, jetzt komme ich hoch. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir das hinkriegen. Jetzt hatte ich schon Erde, jetzt brauche ich keine mehr. Ja, die Kiste ist jetzt halb voller Erde. Okay. Jetzt muss ich nur überlegen, wie das hier weitergeht. Weil du weißt ja, dass ich hier gerade am Terraforming... Machen bin. Machen tun. Machen tun, okay. So, ich glaube, da kommt noch einer drauf. Und da kommt noch einer vor. Und das gleiche passiert auf der Seite auch. Genau. So. Passt. Gucken, dass es ein bisschen natürlicher aussieht hier hinten. Mhm. Passt. Jetzt muss ich mir das von da hinten nochmal angucken. Von unten muss ich mir das angucken. Wenn man es nicht besser wüsste, ist da jetzt ein kleiner Berg. Ja, ich glaube, das passt so. Ein kleiner Hügelberg ist es nicht. So, zwei Spitzen dann noch drauf. So, da einen hin. Und ich muss da hin. So, was brauchen wir jetzt noch? Also die... Ach, ich kann jetzt erstmal diesen... So, wir brauchen Hilfstein. Hier ist keiner mehr. Auf der anderen Seite ist der noch, glaube ich. Ja, das müsste so gehen. Hast du noch Steine organisiert? Ne, ne? Ich habe noch... Habe ich noch Steine? So, da einen, da einen, da einen, da einen. Ja, ich habe einen. Oder? Da einen, da einen. Ja, ein Stein. Ein Stein ist auch da? Ja. Gut, passt. Da noch. Passt. Gut, das kann dann hier in der Mitte wieder raus... Also Steine sagst du brauchen wir noch? Steine brauchen wir noch, ja. Dann gehe ich mal in eine Höhle. Oder in Katakomben. Hm. Shit. Das Textrapack ist aber jetzt hier nicht so der Bringer. Da sind wir ja noch die Hälfte der Blöcke von Minecraft Standard. Gut, da kann ich runterspringen, ne? Ich glaube, ich mache mal doch lieber noch das normale Minecraft Textrapack rein. Okay. Weil das sieht ja gar nicht gut aus hier. So, jetzt gucke ich es mir nochmal an und ich glaube, das passt jetzt. Ja. Jetzt erkennt man auch halbwegs gut, was was ist im Moment ab. So, jetzt muss da oben noch einer drauf. Ich habe das Gefühl, dass... Oh, ich habe nur noch einen Stein, sonst shit, das ist zu wenig. Jetzt sieht das schön aus. Das move lightning auf. Tja, haben wir noch was im Inventar? Nö. Oh Gott, wo komme ich? Gut. Hallo, da ist der Oskar. Sieht doch immer so hell draußen aus. Okay. Textrapack ist ja dunkel. Es wird. Denke ich. Okay, du bist am Stein abbauen? Ja, ich... Sagen unsere Öfen noch was, weißt du? Ich weiß gar nicht, warum ich aus der Hülle rausgegangen bin. Oh ja, in den Öfen ist noch Stein dran. Aber nur acht Stück. Und leider nicht mehr. Gut. Oh, du hast schon wieder was reingesteckt. Ich bin erschrocken. Ich war schnell zum Ping über den Kamil. Ja, passiert schon mal, ne? Jeden Tag in der Stadt und so. Ja, da müssen wir sowieso noch eine Etage tiefer aushöhlen, ne? Und da müssen wir noch überlegen, was wir hier für den Boden reinmachen. Aber das sollten andere Steine sein wie an der Seite, oder? Ja, denke ich mal. Mal gucken, dass wir andere Steine für die Mauern noch kriegen, oder so. Äh, für die Bodenflächen kriegen. Gut. Du holst Erde, ja? Äh, Steine. Erde ist auch in der Kiste. Wohl, vielleicht sollten wir diesen Kies nehmen. Der sieht ja auch ganz schick aus, ne? Aber, ne, das ist auch doof, dass das machen wir nicht. Hattest du gerade eine Fackel weggehauen? Ja, weil der auf dem Block stand, der ein Block höher war. So, abernten. Abernten. Oh, jetzt kommen wir hier nicht mehr raus. So, da ist dann die nächste. Geht, ne? Oh, so eine Verschwendung, so schöne Treppen hier hinzumachen. Ja, meine Güte, oder hier, dann mach ich so weg. Nicht gleich weinen. Was war das hier hinten für Steine? Können wir die bearbeiten, weißt du? Die könnte man nicht in den Ofen stecken, dass da was anderes raus wird, oder? Glaub nicht, aber man kann's ja mal ein paar abbauen, kann's da versuchen, was rauszumachen. Äh, also so im Viereck, ja doch, da geht's auch, da kommt ein anderer Klotzer raus. Im Viereck geht's. Sollen wir das als Boden nehmen, vielleicht? Hier drinnen? Ne, unten in der Kirche. Kathedrale. Kathedrale, genau. Ich guck mal, ob das, was das macht, wenn ich das hier mal hinmache. Was das macht? Ja. Hm, interessanter Stein. Glaub ich mach das mal hier vorne im Eingangsbereich als erstes. Notfalls können wir es hier im Eingangsbereich erlassen und woanders dann noch einander. So, gleich ist meine Schippe auch noch kaputt, so wie ich schon sehe. Ich baue davon jetzt erstmal ein bisschen ab, von diesem, an der sieht, oder wie das heißt. Ja. Hat ja wieder geklappt und er daneben gesitzt. Äh, ist er im Ende und da gelandet. Ach, ich glaub, ne, das ist ein anderer. Ne, das gefällt mir nicht. Oder ist es doch der? Gute Frage, ne? Das weiß ich nicht. Hier geht's raus. Polierter an der Sitt heißt der. Alles klar. Dann hab ich die falschen da schon mal eingebaut. Das andere waren wahrscheinlich nur normale Steine. Alles gut, ey. Ich hatte schon gedacht, die sehen so komisch aus. So, jetzt nehmen wir den polierten an der Sitt erstmal da rein. Oh, bis du, ich hatte schon ein Flupflupflup machen. Okay. Was hältst du davon? Ähm, was ich davon halte? Ja. Der Boden. Hm. Kannst du ausfüllen. Hier hab ich nochmal eingelegt. Obwohl, kann ich machen. Ja. Hab sonst eh nichts zu tun. Gut. Habt du aus und... Oder wie machen wir, können wir auch machen, ne? Ja, ich suche ab meiner Schaufel. Da ist meine Schaufel. Und am Bett sollte man das vielleicht auch machen, dann, ne? Mhm. Hast du schon beide weg, ja, ne? Ne, nur einen. Dann ist das Bett kaputt. Ach so, okay. Dann hab ich schon einen hin mir gestellt wieder. Kriegst du den hinteren noch da hin? Kannst du mal... Kriegst du jetzt den hinteren erst weg? Ach nee, das fällt gar nicht um. Kannst jetzt nicht schlafen, super. Soll ich das gerade machen? Ich hab noch einen. Warte, ich setz den ganz hinten hin. Ich konnte den noch nicht hinsetzen. So, jetzt hat's geklappt. Äh, warum hast du den wieder weggemacht? Ich hab den nicht weggemacht. Ich bin da reingelaufen. Du hast eins zu hoch gebaut. Ich seh's. Ich wollte es nicht nur gesagt haben. Ja. Plopp, 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 plopp. Alle. Sie sind alle. Hast du noch was von diesem Mann, der sieht? Einen noch mehr nicht. Ja, dann gib mir den mal. Ja, den wollte ich gerade hier in die Lücke reinmachen. Ach so. Ich dachte von den nicht polierten. Da. Ne, von den nur mehrmalen hab ich glaube keine mehr. Oder? Zwei Stück. Doch, gib mir den mal. Hast du sie? Ja. Zwei Stück. Immer noch. Ja, wenn du noch zwei hast, dann kannst du vier Stück wieder rausmachen. Ja, aber... Hier sieht's ja ganz schick aus in der Vorhalle. Aber ich glaube in der Kirche, äh... Ne, da gefällt mir das noch nicht. Da müssen wir noch gucken, was wir da machen. Ja, da müssen wir noch gucken. Oh. Ach, was mach ich? So. Aber weißt du, was ich gemacht hab? Ne. Ja, guck mal, was denn da liegt. Neue Steine. Cool. Ich bin wieder oben. Wieder ganz in deinem Element. Ja. Und da wollen wir mal gucken, dass wir was hinkriegen, ne? Ach so, ich muss hier hoch, ne? Sonst wird das nix. Wo bist du? In der Kirche und baue den ersten Pfeiler aus. Da oben. Ja. So. Der geht, der geht auch. Da geht auch noch einer. So, jetzt muss einer davor. Der passt. Ach, hier unten liegen noch welche? Ja, danke. Das ist aufgenommen. Genau. Ohne Fallschaden zu nehmen. Wunderbar. Das hat auch geklappt. Ich hole mal hier die Innenhalle aus, sag ich mal. Der untere. Der hat auch geklappt, da noch einer. Wow. So, wenn das schon mal gut ist, dann müsste ich jetzt mal wieder runterlaufen. Ah, da ging's runter. Und nehme den nächsten Pfeiler lieber erstmal, damit ich sehe, wie weit die zusammenwachsen. Okay. Ich glaube, da so hin ist schon mal richtig. Gut. Steine. Höher. Noch höher. Und ich glaube, da muss jetzt der Hilfstein rauf. Und dann kommen schon die anderen. Gut. Und dann müssen wir da irgendwie hochkommen. Shit, einen zu tief. Ist das die passende Höhe? Ich glaube ja, oder? Ich weiß es nicht, bin ich da. Ich guck's lieber mal von unten. Nee, passt. Muss passend sein. Und jetzt gleich mal klack oder ist das Werkzeug weg? Aha. Jetzt ist es weg. Jetzt muss ich mir noch eins machen. So. Da einer, da einer, da einer. Ich mach mir länger zwei. Oh, und das gab ein Falschhahn. Klopp. Gut, nochmal hoch. Ah, da kommen wir hier schon mal nicht mehr hoch. Passt. Na, ich bin ganz in meinem Elementbauarbeiter. Ah, shit, das war verkehrt. Der wieder weg. So, die beiden passen schon. Da muss noch einer hin. So, da einer, da einer, da einer, und da einer. Und wir brauchen Hilfsteine zwei. Da einer, da einer. Dann kommt da einer hin. Da einer hin. Da einer hin, und da einer hin. Passt, oder? Nee, irgendwas ist faul. Irgendwas ist zu tief gebaut. Oder zu hoch. Irgendwas passt dir nicht. Das Gute daran ist, ich war nicht daran beteiligt. Also weiß ich es nicht. Okay. Es ist immer gut, dass ich unschuldig bin. Hm. Jetzt muss ich erst gucken, ob das geklappt hat oder nicht. Hm. Irgendwas habe ich verkehrt gemacht. Ich weiß noch nicht was. Ich muss ein bisschen Steine ab. Einer, zwei, passt. Der Eckstein ist da noch verkehrt. Okay. Gut, dann müssen wir da nochmal hoch. Und die Spitzhocke raus. Na, komm schon. Obwohl, der war wahrscheinlich richtig da oben. Na, da muss ich einen Hilfstein sitzen. Da. Und nochmal runter gehen. Und Da muss einer hin. Und da muss einer hin. Ja, ich glaube, so ist es richtig. Dann muss davor noch einer hin. Kriege ich den da noch hin? Na, so nicht. Da. Zwei, vier, acht. Fünf. Ich glaube noch. Acht. Okay. An der, wie heißt das? An der Sitt oder sowas? Keine Ahnung. An der Sitt. Kein R. An der Sitt. So, jetzt hoch hier. Na komm schon. Hm. Wie, ich brauche nur einen. Kann ja nicht sein. Ich brauche kein mehr. Ich muss nur richtig wissen, wo man einen hernimmt kann. Mhm. So, der muss weg. Irgendwie sieht das da komisch aus. Oh, da ist es. Was sieht komisch aus? Was ich hier gebaut habe, aber... Wahrscheinlich ist es sogar richtig. So. Sieht das... Du bist da unten gerade, ne? Sieht das symmetrisch aus da? Hm. Ja. Okay, dann ist es doch richtig. Es sind drei ganz... Insgesamt fünf ganz oben. An zwei und an zwei. An zwei und an zwei. Okay. Und an eins. Das heißt, hier muss auch noch einer hin. Und dann jetzt sind es oben fünf, ne? Mhm. Kannst du auch schleichen, dann geht das nicht einfach. Habe ich vier? Oder sind das jetzt erst vier? Da sind vier. Noch eins. Also jetzt passt es hier oben. Mhm. Eins, zwei... Eins, zwei... Da müsste es... Oder noch einen. Genau, da müsste es passen, glaube ich. Jetzt muss schon einer tiefer, ne? Oder? Mhm. Sonnenaufgang. Ja. Ich denke mal, wir sollten dann auch... Ich freue mich noch. ...für diese Runde. Genau. Ja doch, die ist schon etwas länger geworden. Ja. Geht das jetzt hier so, gerade Anzug bauen? Wasser sieht schön aus. Dafür, dass ich jetzt kein Dings habe... ...dass ich kein ordentliches Texture-Pack habe, sieht das Wasser schön aus. Aha. Liegt aber auch am Trailer. So. Ich glaube... Ne, von der anderen Seite kann ich das besser sehen. Ich glaube, jetzt ist es passend. Genau so sieht es aus. Oh. Trafficbox. Aber da oben ist irgendwas noch auf dem Pfeiler falsch. Das muss ich noch korrigieren. Ich glaube, der untere Stein da ist verkehrt. Genau so sieht es aus. Ui. Gut, ich stehe jetzt schon am Wasser. Ja. Ich muss den noch wegnehmen. Ja, gut. Dann komme ich zum Wasser. Einen Blick nochmal zurück. Es wird. Gut. Dann würde ich sagen... Ähm... Ich lasse den Dank fürs Zuschauen. Und wir würden uns freuen... ...wür ihr das nächste Mal... ...auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.